Salut! Schön, dass du heute dabei bist. In diesem Video lernen wir zusammen die bestimmten und unbestimmten Artikel des Französischen kennen. Was sind nochmal Artikel, fragst du dich vielleicht. Artikel sind die Begleiter eines Substantivs. Durch sie wissen wir überhaupt erst, was das Substantiv eines Satzes ist. Artikel geben an, welches Geschlecht das Substantiv hat und zeigen, ob dieses im Singular oder im Plural steht. Wenn du eine neue Sprache lernst, ist es daher immer ganz wichtig, dir zuerst einzuprägen, wie viele Geschlechter die Sprache hat und wie viele Artikel es dementsprechend in dieser Sprache gibt. Im Deutschen haben wir drei bestimmte Artikel. Der, die und das Und zwei unbestimmte Artikel Ein und eine Wie sieht es da im Französischen aus? Schauen wir uns dazu diese kleine Geschichte an. In ihr verstecken sich alle Artikel des Französischen. Auf einem Tisch findet die Maus einen Stift, eine Orange und Karten. Die Karten sind hübsch, sagt die Maus. Gleich im ersten Satz finden wir alle bestimmten Artikel des Französischen. Der bestimmte Artikel steht vor eindeutig bestimmten oder als bekannt vorausgesetzten Substantiven. Im Französischen gibt es davon im Singular genau zwei. Le und la. Das Französische hat also nur zwei Geschlechter. La bezeichnet weibliche und le männliche Substantive. So sagt man im Französischen für die Maus la souris und für das Buch le livre. Wenn das Substantiv mit einem Vokal beginnt, wird der Artikel, der davor steht, durch ein Apostroph verkürzt. Das passiert immer, egal welches Geschlecht das Substantiv hat. Zum Beispiel bei l'orange oder l'arbre. Dann folgen nicht zwei Vokale direkt aufeinander und die Aussprache wird so vereinfacht. Das gleiche passiert, wenn das Substantiv mit einem Asch-mue, einem stillen Haar, beginnt, wie bei l'eur. Wenn ein Substantiv mit einem Asch-aspiré, also einem gehauchten Haar, beginnt, wird der Artikel allerdings nicht apostrophiert. Wie zum Beispiel bei l'euro. Kommen wir nochmal zur Pluralform der bestimmten Artikel. Unsere Maus findet in der Geschichte Karten, die sie hübsch findet. Les cartes. Hier erkennst du also, dass der bestimmte Pluralartikel die, wie in die Mäuse oder die Bücher, dem französischen les entspricht. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Der Pluralartikel le ist unveränderlich. Das heißt, es ist egal, ob das Substantiv weiblich oder männlich ist, ob es mit einem Vokal oder einem Haar beginnt. Les bleibt immer gleich. Super. Machen wir nun weiter mit den unbestimmten Artikeln. Diese benutzt man, wenn es um ein Substantiv geht, das vorher noch nicht genannt wurde, wie in dem Satz Hier siehst du die beiden unbestimmten Artikel un und un, die den deutschen Artikeln ein und eine entsprechen. Un ist also der männliche unbestimmte Artikel und un der weibliche unbestimmte Artikel. Attention! Jetzt kommt eine kleine Stolperfalle. Die Maus aus unserer Geschichte findet mehrere Karten, von denen sie nicht weiß, wie viele es sind. Im Französischen wird hier der Pluralartikel D benutzt. Im Deutschen steht hier hingegen gar kein Artikel. Die Maus findet Karten. Im Gegensatz zum Deutschen hat der unbestimmte Artikel im Französischen also eine Pluralform. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Wollen wir sagen, dass Marie ein Buch liest, heißt das Marie liet un livre. Wenn sie jedoch mehrere Bücher liest, brauchen wir im Französischen den unbestimmten Artikel im Plural. Marie liet des livres. Wie im Deutschen gibt es auch im Französischen Substantive, die eine männliche und eine weibliche Form haben. Wie zum Beispiel der Freund und die Freundin. Le Copain, la Copine. Oder der Sänger und die Sängerin. Le Chanteur und la Chanteuse. Ebenso gibt es Substantive, die für beide Geschlechter nur eine Form haben. Wie bei le Professeur und la Professeur. Hier erkennt man nur am Artikel, ob es um einen männlichen Lehrer oder eine weibliche Lehrerin geht. Wie du siehst, ist der französische Artikel also manchmal sehr wichtig für die Bedeutung eines Satzes. Zum Schluss noch eine kleine Anmerkung. Die Artikel im Deutschen und im Französischen sind oft nicht identisch. So ist der Apfel im Deutschen zum Beispiel männlich und im Französischen weiblich. La Pomme. Daher solltest du beim Vokabellernen am besten den Artikel gleich immer mitlernen. So vermeidest du später viele Fehler. Très bien. Jetzt kennst du alle französischen Artikel. Halten wir noch einmal fest. Es gibt im Französischen zwei bestimmte Artikel, le und la. Das L-Apostroph wird immer dann verwendet, wenn das folgende Substantiv mit einem Vokal oder einem stillen H beginnt. Der bestimmte Pluralartikel, les, wird für weibliche und männliche Substantive benutzt und verändert sich nie. Wir haben ebenfalls zwei unbestimmte Artikel, un und un. Das Französische hat außerdem einen unbestimmten Artikel im Plural, den wir im Deutschen nicht haben. D. Er wird immer dann benutzt, wenn wir von einer unbestimmten Anzahl an Gegenständen oder Lebewesen sprechen. In dieser Übersichtstabelle findest du alle Artikel auf einen Blick. Schreib sie dir ab, dann hast du sie immer dabei. So, jetzt schauen wir mal, was die Maus mit den Karten macht. Weißt du, welches Geschlecht jedes Substantiv hat? Ich will mit den Karten spielen, sagt die Maus. Die Maus hat Freunde, aber wo sind sie? Les Copains de la Souris arrivent enfin. Et ils jouent aux Karts ensemble. Die Freunde der Maus erscheinen endlich und sie spielen zusammen Karten. Avoir des Copains, c'est très bien, dit la Souris. Freunde zu haben, das ist sehr schön, sagt die Maus. A très bientôt. A.